Musik In einer Rockband zu spielen hat schon so seinen Reiz. Zusammen Musik zu schreiben, diese einzustudieren und dann aufzunehmen. Aber das Beste ist einfach immer noch Live-Konzerte zu spielen. In verschiedene Städte fahren, Leute kennenlernen, mit anderen Bands Kontakte knüpfen. Musik Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der wir vor jeder Show nervös waren und nur versucht haben, uns ja nicht zu verspielen. Heute gehen wir total locker auf die Bühne und haben eigentlich einfach nur Spaß. Musik 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 Mit jedem Konzert Egal wie viele Leute da sind oder wie gut wir an diesem Abend spielen, erreicht man immer den einen oder anderen. So vergrößern wir langsam immer weiter unsere Fanbase und bekommen neue Möglichkeiten mit anderen Bands oder in neuen Locations zu spielen. Und letztendlich wachsen wir natürlich selber an unseren eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020